Wo ist die Leiche? Aber ich habe die Räucherstäbchen schon oben benutzt, weil sie uns da entgegen kamen. Okay. Ich muss gestehen, ich habe es hier nicht mal gesehen. So, da fahre ich mal los. Warte mal, warte mal, ich wollte noch mal los angucken. Die kannst du ja auch gleich noch angucken. Nee, kann ich nicht. Okay, das war... Übrigens, Rafa, ich habe das, wie gesagt, schon benutzt das Volkerstäbchen. Die kann man sich jetzt nicht mehr angucken. Ich muss mal. Das war kein Revenant. Was? Was? Ich habe 180 gekriegt. Bei mir steht der Geist, war ein Mare. Echt? Hä? Du lügst doch, ich habe so schnell weitergeklickt, aber ich habe doch Geld gekriegt, ganz viel. Ich auch. Ich habe 30 Tacken und der Geist ist, war ein Mare. Ja, du bist ja auch tot. Das kann doch nicht sein. Doch, ist so. Naja. Glaube ich nicht. Mach ein Foto. Ich habe es aufgenommen, hallo. Ich kann dir sogar ein Videobeweis geben, wenn du möchtest. Okay. Wieso haben wir denn so viel Geld gekriegt? Ich möchte eine schriftliche Stellungnahme der NSA. Beweise. Vielleicht waren es zwei. Beweise. Ja, ja, Beweise. Ich bin ein Foto. Ich kann dir dasen Foto. Vielen Dank.